Oh, zweiter Weihnachtsreigen, lass den Weihnachtsdrachen steigen. Vielleicht glaube ich einfach nicht doll genug. Mehr glauben, mehr glauben! Sie gab allen Geschenke und sie kochte einen Schmaus. Sie dekorierte den Baum und sie schmückte das Haus. Doch was sie auch tat und wie sie es auch macht, es stieg kein zweiter Santa herab in der Nacht. Zweiter Santa, ich wusste, du würdest... Sagt's ihr! Es gibt gar keinen zweiten Santa. Wir wollten nur nicht 364 Tage auf nächstes Weihnachten warten. Tut uns leid. Kein zweites Weihnachtswunder? Kein Blitz und Donner? Ja, das haben wir uns auch bloß ausgedacht. Ist alles okay? Nein! Es ist weder das O noch das K. Ich verpasse euretwegen das große Kerghof. Für das hier? Wo bleibt deine Weihnachtsstimmung? Au! Au, warte, was kann ich denn dafür? Nicht den Boten erschießen! Du bist der Grießkram! Es tut uns weit! Wow! Zweiter Santa? Zweiter Santa? Es gibt ihn wirklich! Tatsächlich? Er ist gekommen! Er ist wirklich gekommen! Also Titans, wir können an diesem Labor Day stolz auf uns sein! Hey Leute, ich hab echt gedacht, dass Labor Day was mit ner Geburt zu tun hat! Aber jetzt, da wir erkannt haben, dass es die Knochenarbeit ist, die in den alltäglichen Dingen steckt, die für uns das Selbstverständliche sind! Haben wir das tiefere Verstehen von dem Arbeitsethos, durch das dieses Land und natürlich die ganze Menschheit das Großartige wurde? Das kannst du aber laut sagen! Wir haben das tiefere... Und jetzt machen wir endlich unseren super relaxten Tag am St... Ja! Ich fass es nicht! Wir haben so viel Zeit verschwendet, dass der Labor Day längst vorbei ist! Jetzt ist Winter! Das war's! Ich bin jetzt weg! Super gemacht, Robin! So ist das also, hä? Ihr wollt alle kündigen? Dann nehm ich euch die Einkaufstaschen wieder weg! Verholt sie! Ho, ho, ho! Okay, das erste Haus! Los geht's! Alter, wie kommst du da rein? Durch den Schornstein, selbstverständlich! Komm schon, Bro! Was? Du solltest bedenken, dass sich dein Umfang ein wenig vergäußert hat! Benutz doch einfach den berühmten Weihnachtszauber! Aber ganz sicher nicht! Ich bin Santa Claus! Und Santa Claus sieht natürlich den Schornstein vor! Äh, äh! 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 Oh, oh! Das ist, äh, wohl etwas eng! Aber wenn ich hier jetzt das Bein reinkriege... Oh, ho, ho! Es ist gebrochen! Oh, ho! Kein Problem! Au! Vielleicht könntet ihr mir helfen? Kein Ding, Alter! Wie wär's mit dem guten alten Weihnachtshokuspokus? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Alles klar! Ich bin drin! Zwei Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und... Oh, hey! Wir haben einen Hund! Du süßer Kle... Au, au! Holt mich raus! Holt mich raus! Holt mich raus! Holt mich raus! Ich finde, jetzt ist es Zeit für etwas Weihnachtsmagie! Au! Au! Oh! Fröhliche Weihnachten! Na, total eng! Da musst du durch! Schwärmt aus! Such die unartigen Liste! Weihnachtsmann Spielzeugfabrik! Der Schuppen ist voll abgefahren! Weißt du, wo die unartigen Liste ist? Pssst! Pssst! Du schisst mich? Ich schiss dich gleich! Pssst! Hey Kumpel! Wo ist die Liste der unartigen... Pssst! Sonst werden wir Ärger bekommen! Warum denn? Wie seid ihr Typen denn drauf? Was irgendjemand so die Liste der unartigen Kinder ist? Jetzt hast du's geschafft! Oh, oh! Was bei Schneemanns Rübennase geht hier vor? Äh, Meister, er hat gerade... Wir arbeiten hier echt alle total fleißig, aber diese Elf Quatsch dauernd! Wirklich? Wirklich! Wirklich, wirklich? Wirklich, wirklich! Wirklich! Machen! Schaff diesen Elfen aus meiner Werkstatt! Neeein! Ich sagte doch, dass das Fest jetzt vorbei ist! Was kümmert's dich? Du bist raus aus dem Job! Ich wusste, wenn ich nur einmal Weihnachten nicht da bin, werden sie betteln, dass ich wiederkomme. Aber ich komme nur wieder, wenn sie mir alle anderen Feiertage des Jahres auch geben. Feiertagszauber! Und ihr unartigen Gören seid dabei, den schönen Plan zu verderben! Ah! 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 Ausweichmanöver! Ah! 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 Ah'! Ah! Hat ihn jemand auf dem Schirm? Ich habe kein Signal! Augen aufhalten. So schnell lässt er sich nicht unterkriegen. Starfire, Raven, holt die Geschenke. Es ist vorbei, ihr unartigen Gören. Du hast das Weihnachtsfest verdorben. Ich habe Weihnachten gemacht und ich kann es zerstören. Und jetzt ist Weihnachten für immer und ewig erledigt. Und ihr Gören seid es auch. Wer ist das? Nein, das ist nicht wahr. Ha, ha, hadi. Sticky, ciao. Du, widerwärtiger Vagabund. Ha. Ha, ha, ha. Jetzt kannst du als Müllmann arbeiten, Weihnachtsmann. Frohe Weihnachten. Hallo, Freund. Wir sind zwei Elfen und suchen die Liste von den Unartigen. Weißt du, wo man die finden könnte? Also, der Weihnachtsmann. Wonach riecht es hier bloß? Entschuldigung. Oh, das kommt von dem Haus. Es ist aus den Süßigkeiten und dem Lebkuchen gebaut. Oh, du Kätzchen. Oh, du Kätzchen. Wie süß. Meine Katsche. Nein. Sehr gut. Eine Art wie Klippelt. Nein. Halt. Das ist doch meine Mama. Nein, nein, nein. Halt auf. Ah. Ah. Hm, leckerlich. Oh, was ist denn passiert? Der Titan-Reaktor ist explodiert. Wir haben knapp ein Jahr im Krankenhaus gelegen. Im Koma. Ein Jahr? 363 Tage, um genau zu sein. Weißt du, was das bedeutet, Starfire? Dass ich so blob-nob war, die alberne Geschichte von der zweiten Weihnacht zu glauben? Nein, Star. Das bedeutet, es gab ein zweites Weihnachtswunder. Wir müssen nicht noch 364 Tage auf Weihnachten warten. Denn dank dieser furchtbaren Explosion haben wir das Ganze ja verschlafen. Heute ist Heiligabend. Und morgen ist Weihnachten! Ha, 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 ja, hu, hu, hu! Frohe zweite Weihnacht! Frohe zweite Weihnacht! Alle miteinander! Für alle, die festglauben, gibt es den zweiten Santa wirklich. Die Titans mussten nicht noch ein ganzes Jahr auf Weihnachten warten. Ihr Wunsch nach einer zweiten Weihnacht wurde wahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017